Für mich ist der Ballntienstag jetzt nicht irgendwie ein speziell wichtiger Tag, insofern ist es eigentlich ein Tag wie jeder andere. Aber natürlich als Mädchen will man immer gerne Blumen oder Schokolade. Wir sind halt jetzt auch schon eine gewisse Zeit verheiratet, da habe ich das Ganze natürlich schon in eine gewisse Richtung Jahr für Jahr hinbekommen. Die Antwort hätte sich jetzt vor sechs, sieben Jahren vielleicht auch noch anders angehört. Ja, ich bin ja. Nee, ich bin ja mal schön.